Ja, hallo und willkommen zurück zum heiteren Rätselspaß. Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wir sollen hier das Gas umleiten und zwar darf es, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, nur 8 Verbindungen haben. Ich muss alle Stopper verwenden. Nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das muss hier wahrscheinlich rein. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Okay, den nehmen wir. Dann muss der hier zungen. Der muss 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 zungen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verdammt. Ach nee, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da muss der noch dazu wahrscheinlich. Moment, erst mal gucken. Also es kommt hier runter, dann fließt es hier rein. Da, 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 dann da lang. Hier haben wir zugemacht. Oder muss man hier vorne. Nee, das geht nicht, okay. Dann da durch. Dann kann es hier nicht mehr rein. Hier kann es auch nicht runter. Äh, da lang, da lang. Dann muss, glaube ich, hier vorne noch eins rein. Äh, einer fehlt. Okay, der zählt da nicht mit. Verdammt. Ah, das ist ja gemein. Also müssen wir den hier umleiten. Den müssen wir umleiten. Also er geht da rein, da hoch, da lang. Da lang. Dann kann er hier runter und muss aber auch da lang. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das funktioniert. So, und der muss ja wieder hoch. Da habe ich aber einen Stopper über. Wo ist denn da hin? Mal gucken. Nee. Also, der kommt hier nicht lang. Der muss auch weg. Der geht da rein. Der muss. Hier rein. Warum geht denn der jetzt gar nicht? Okay, verstehe ich nicht. Es hat doch eben beim ersten Mal geklappt, außer dass einer da über war. Ja, weil der kann eigentlich nur nach oben. Also hier stockt der. Der muss auch weg. Und der vielleicht auch. Boah, was nicht. Du hast Blödes. Warum bitte geht der jetzt hier oben nicht weiter? Also, die werden voll. Da ist doch jetzt überhaupt nichts. Sie haben doch vorher auch hier nichts zwischen gehabt. Außer, dass ich hier unten zugemacht habe. Mal, das mache ich mal. Okay, der geht da rein. Bis hier. Bis hier. Bis hier. Der muss hier zu sein. Nee, der geht nicht weiter. Was haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier. Sechs, sieben, acht. Nee, der macht nur fünf. Ja, warum geht denn der hier hier nicht weiter? Das müsste doch eigentlich funktionieren. Okay. Kurz probieren. Ja gut, dann überspringe ich. Dann ist mir das zu blöd. Ja, ich sag doch, der Weg da oben ist richtig. Okay. So, was können wir jetzt machen? Achso, das Teil können wir mitnehmen. Ja, tut mir leid, aber der Junge braucht seine Medizin. Wir bringen Oliver zu Sophia, bringen Sophia zu Oliver. Nee, wir bringen den kleinen. Den habe ich mir im Rucksack gepackt. Aber ich gucke mal ganz kurz, ob hier noch irgendwas zu tun ist. Glaube aber nicht. Oh Gott, die alten Gardinen. Ja, jetzt ist schon echt der schäbige Wand. Der Arme. Okay, dann gehen wir mal. Dein. Tja, der Kleine liebt seine Mutter. Ich glaube, wir haben sie ein bisschen zu fest gefesselt. Oh, besser, vielen Dank. Ich bin immer noch zu schwach, um mitzukommen. Aber bitte stoppe Harry. Er ist ein guter Arzt. Aber er ist zu weit gegangen. Sobald ich mich ein bisschen erholt habe, rufen Sophia und ich Hilfe. Ja, ruh dich ruhig aus. Ist egal. Bis zu einem Horrorhaus, aber schlaf noch eine Runde. Na, die hat ja die Ruhe weg. So, Herzschlüssel. Nee, der war unten. Da unten war ja noch die Tür. Hier. Okay, wir haben den Herzschlüssel. Und den Schädelschlüssel. Oh, Leichenhalle. Was? Warum hat mir das keiner vorher gesagt? Unterirdischer Bereich. Ich muss mal gucken, ob hier noch irgendwas zu machen ist. Gibt es noch irgendwo ein Wimmelbild oder so? Ja gut, dann gehen wir mal in die Leichenhalle. Ist das düster? Warte mal, ich kann Harry hören. Ich muss mich beeilen. Gehe durch die Dunkelheit. Schalte das Licht ein. Wenn er kommt. Oh nein. Oh nein. Das war die falsche Entscheidung. Nein. Oh nein. Die ganzen Schäden. Das ganze Grab. Ist aber nett von ihr, ne? Sie werden noch beste Freunde, glaube ich. Gut, dass ich ihnen gefolgt bin. Ich habe das Licht angemacht. Ich muss zurück, ehe Harry etwas merkt. Gehen Sie. Ganz kleinen Moment. Ich suche mir erst mal ein Seil. Jetzt muss ich mir erst mal klöppeln. Ich finde das immer komisch, warum haben Totenschädel immer pinke Augen oder grüne? Fünf Stück brauche ich noch. Acht im Endeffekt. Jetzt brauchen wir noch drei. Huh, was können wir denn bürsten? Aber es ist schon cool gemacht, finde ich. Wir brauchen noch zwei. Hoffentlich sind die nicht schon verrottet. Dann können wir hier ewig hocken. Ach, guck mal, da ist noch eins. Eins fehlt noch. Ich brauche einen Hammer. Hammer. Okay, sehr schön. Einen Fußabdruck. Eine Pfeife. Teekessel, Ballerina. Ey, ist ein cooles Spiel. Muss ich echt sagen. Die Wimmelbilder gefallen mir mega gut. Eine Krone. Okay, eine Krone, eine Acht, eine Blume und eine Kette. Aber die Kette habe ich doch schon gesehen. Hier ist er erst mal mit Acht. Okay, Blume haben wir auch. Nehme ich doch die Kette hier vorne. So, das fehlt nur noch die Krone. Eigentlich sollte einem die ja gleich ins Auge fallen. Aber die ist bestimmt langweilig und klein. Krone. Ja gut, ich brauche noch einen Moment. Die kann doch nicht so versteckt sein. Ach, doch, kann sie. Da ist sie ja. Okay, wir können uns erstmal hier raus. Ich muss noch besser aufpassen, noch besser vor allen Dingen. Ist das kalt hier? Ich vermute, das ist ein Keller. Ja, könnte sein. Große Maschine. Igitt, was ist das für eine ekelhafte Flüssigkeit? Ich brauche einen feuchten Lappen. Ich brauche eine Säge. Was die alles braucht immer? Was haben wir denn hier? Flammenwerfer. Ah ja, kleiner. Kleiner Flammenwerfer. Dann gucken wir doch mal in die Leichenhalle. Ich glaube, das wird eklig. Puh, ich hoffe, hier sind keine Leichen. Also ein bisschen duselig ist sie ja jetzt. Oder eher. Es ist ja ein eher, Entschuldigung. Es ist ein eher. Dann erübrigt sich das Ganze. Ich brauche eine Säge natürlich mal wieder. Und hier mal ein kleines Wimmelbild. Eigentlich ist das total blöde. Ich meine, der ist da bislang so durchgegangen, hat alles gemacht. Und jetzt verblödelt das Ganze. Ich weiß nicht, ob das an den Dämpfen liegt. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Mittel herstellt, das lähmt. Mhm. Mal hier mal reingucken. Ich brauche Licht. Äh. Augäpfel. Hier fehlt etwas. Ja, der Rest der Leiche. Ähm. Ein Waschbecken. Schleifstein. Pizzaschneider. Ich möchte nicht wissen, wozu er den gebraucht hat. So, Wasser ist immer nützlich. Das können wir mal mitnehmen. Okay, dann brauchen wir bestimmt noch mal mehr. Alles lebt. Dann... Dann muss sie auch am Leben sein. Hm. Merkwürdiger Spruch. Wollen wir uns die Maschine angucken? Ja, ne? Ich bin dafür. Ich bin absolut dafür, die Maschine anzugucken. Ich muss zuerst Harry ausschalten. Äh. Sieht schon gut aus. Okay, wir müssen das Lebensmittel herstellen. Okay, Harry. Es geht los. Ja, äh. Ja, Moment. Ich habe was vergessen. Genau. Das war ja dieses ekelhafte... Nee, warte mal. Das konnte ich aufschneiden. Wir haben mal eine leere Ampulle. Toll. Oh. Und hier haben wir noch... Eine Notiz. Sophia, verbrenne die Habseligkeiten unserer Patienten. Ich möchte nicht, dass jemand sie hier findet. Harry. Entschuldige, aber ich bin zu beschäftigt, all deine anderen Aufgaben zu erledigen. Sophia, äh, sie gefällt mir manchmal. Sie gibt da immer einfach freche Antworten. Obwohl ihr Kind ja die ganze Zeit in Gefahr war. Hä, sie braucht doch einen Lappen. Ach, einen feuchten Lappen. Ein nasser Lappen. Schleifstein. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Weil ich würde nämlich sagen, das heben wir uns auf für die finale Folge. Sonst, ähm, habe ich ein bisschen Angst, dass wir die stückeln müssen. Es geht auf jeden Fall dem Ende zu. Und den Rest, ja, machen wir einfach in der nächsten Folge, würde ich sagen. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und freue mich aufs Ende dieses wunderbaren Bimmables. Mal gucken, wie es ausgeht. Äh, bis dahin. Tschüss.